Wie hilft es heilt die göttliche Kraft? habe ich vieles erlebt. Aufstieg, Bayern-Legermeister, Abstieg, Relegation. Es waren viele Highlights dabei. Auf jeden Fall überwiegen die positiven Gefühle. Die Jungs sind ein Zusammenhalt. Wir sind ein Team, vor allem über die vier Jahre zusammengeschweißt. Das Umfeld, die Leute sind immer mit dabei und mit Blut und Herz in den Vereinen dabei. Und das merkt man einfach. Und das spielt man einfach gerne. Ich habe sehr genossen, höher zu spielen. Aber irgendwann, muss ich sagen, ist es dann auch vorbei. Man sagt niemals, aber für jetzt ist es erstmal vorbei mit der Regionalliga. Ich spiele seit ich drei bin Fußball und ganz ohne geht nicht. Das habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben. Es ist jetzt so einfach, dass ich beruflich zum Beispiel die lange Auswärtsfahrten und dann extra Urlaub nehme. Das ist für mich nicht mehr machbar. Und deswegen gehe ich den Schritt. Es ist überragend. Also wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und ich glaube, das hätte sich vor der Saison keiner gedacht, dass wir da ganz oben, also fast ganz oben stehen. Vierter Platz. Best of the rest. Was will man mehr? Ja, fühlt sich so an. Fühlt sich fast an wie ein Aufstieg. Auf jeden Fall. Ich möchte mich auch noch bei allen bedanken für die schöne Zeit. Und ich freue mich jetzt aufs Grillen. Super. Danke. Das war's, okay. Untertitelung. BR 2018